Hey Leute, ich bin Johnny. Willkommen zu The Hit List im Juni. Der Streit zwischen Katy Perry und Taylor Swift geht in die nächste Runde. Gerade erst ist die brandneue Single von Katy Perry erschienen und sofort kamen die Gerüchte auf, dass es doch die Antwort auf Taylor Swifts Diss-Song Bad Blood sein könnte. Der Streit zwischen den beiden Sägerinnen geht jetzt mittlerweile schon einige Jahre so und nach diesem Track scheint er auch wohl nicht so schnell beendet zu werden. Viel Spaß mit den neuen Songs im Juni. Bis zum nächsten Mal. bir Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So Leute, das war die Hitlist im Juni für euch. Ich hoffe, wie immer war für jeden ein bisschen was mit dabei. Da den meisten von euch meine Best Drops so gut gefallen haben, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht eine neue Chartreihe daraus machen werde. Falls ihr das nicht verpassen wollt, bleibt also auf jeden Fall dran. Und ich hoffe, wir sehen uns auch spätestens da wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.